Hey Leute, willkommen zurück zu Clive Barkers Jericho und wir befinden uns aktuell in der Dekadenz. Die dekadente Lebensweise der Einwohner hat Tibeter zu abstoßenden Folterkammern verwandelt. Becken voller Blut, Erbrochenem und Exkrementen bilden eine Szenerie aus Dekadenz, Folter und Sadomasochismus. Hört sich ja sehr gut an. Wow, was ist hier los? Was lebt da alles? Ja, ich nehme wieder Black, meine Lieblings-Gothic-Frau und direkt wieder den Typen hier in den Kopf schießen. Das macht Spaß. Na, die leben ja noch. Ups. Okay. Na, komm schon. Komm doch raus. Tut dir doch nichts. Oh, du Arsch. Das ist doch ein Sack hier. Oh. Hörst du mal auf? Die Rollings steht einfach nur rum und, äh ja, macht gar nichts. Okay, also so langsam kommen wir, glaube ich, an Ende dieser Hipoche. Jawohl. Lecker, römische Legionäre oder was auch immer das so... Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Das ist alles Kacka, Blut. Oh, die Stimmung ist sehr gut. Also die Musik, dieses Statuen hier. Und alles, oh, voll getrocknetem Blut. Lecker, lecker. Ja, also, wäre es nicht so abartig, würde es mir hier glatt gefallen. Aber das ist alles hier voll mit, ähm, ihr wisst schon, was das ist. Bäh. Na, kommen Sie. Was? Wo denn? Ach nee, nicht schon wieder die Blutflieger. Nicht schon wieder die. Wer ernst? Das war gar nicht der Kopf, leider. Okay. Und? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ist vorbei. Wo? Au. Was ist vorhin so dick hinter mir? Oh man. Ich bin schon wieder tot. Komm schon, die holen wir uns schnell. Du bist geil. Du bist geil da oben. Oh ja. Wo sind sie denn? Ach, da ist wieder so einer. Oh, ich treff die gar nicht. Komm jetzt. Und holen sie dir. Wie heißt der? Abi Bali? Abi Dali? Keine Ahnung. Wow. Jawoll. Haha. Und der noch. Komm her. Ja. Gännen linkern. Von hinten. Ja. Den kann man gar nicht so auf den Treff, weil der immer wieder abhaut. Das ist Misty. Oh oh. Dann habe ich nur noch Platz von hinten. Ja, ja ist ja gut. Ich komm schon. So geht das. Und Rawlings natürlich. Wauw, ich bin mal Rawlings. Der ist so, ich bin Dusche hier. Der hält gar nichts aus. Der Maken wird es ganz besser. Sie schießt auf jeden Fall pumpgenau. Nicht so wie die Gatling. Sag mal. Und hol ihn dir. Und den auch noch. Ich darf ich es aufziehen oder macht er das jetzt automatisch? Hol ihn dir. Und. Ne. Hat es angenommen. So komm her. Boah. Delgado Norris. Na klar hat es wieder Rawlings erwischt. Ist ja logisch. Oh 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 oh. Oh, geh weg. Ja. Wie sie halt alle wegschlitzt. Das finde ich cool an. Na komm. Ja. Ja, das ist er. Nein, ich bin nicht Rawlings. Das weiß er denn. Ne, ich bin mal Jones. Egal. Okay. Nein, den kann ich nicht. Und so. Yeah. So, jetzt hole ich dich. Voll. Ach so, ich kann auch diesen Blutband setzen. Okay. Cool. Coole Sache. Das war einfach. Ja, war es auch. Naja, es ging so. Hab schon schwereres erlebt hier in dem Spiel. Na cool. Lass mich raten. Ja. Ich brauch Delgado wahrscheinlich, oder? Ich ziehe vielleicht weiter. Muss wir mal gucken. Äh, wer ist das denn? Fetter Klopp. Da ist das Balk schon wieder. Wä? Jones, bring dich näher heran. Okay. Wo ist es denn das Balk? Ich sehe es gar nicht. Hä? Ja, wo denn? Doch hier? Ach, da ist er. Oder? Ja. Ich sehe es doch. Hüpf. Ich glaube, es will, dass wir von Mann zu Mann springen. Jones, also los. So funktioniert's. Springen zum nächsten. Das kapier ich ja. Gar nicht so schwer. Ich muss immer nur den nächsten anvisieren, dann rüberspringen. Ah ja. Das ist ja cool. Ich kann Seelenwanderung machen. Da ist ja gar keiner mehr. Ach da. Guck mal, schalter. Yay. So geht's. Cool. Ah, jetzt ist hier auch. Ah, jetzt ist hier auch. Sehr gut. Ja, komm schon. Und. Hahaha, da brennt er. Seil. Hahaha, wir sind explodieren. Da uns ist schon cool, der GW. Der hat viel drauf, aber... Weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so der liebste Charakter, der GW. Wollte er schon zustechen? Ihr habt das gesehen. Oh, oh, oh. Jawoll. Ja, so eine Pumpgun lohnt sich immer irgendwie. Also das ist in jedem Spiel eigentlich eine coole Waffe. Aber ich nehme mal wieder Black. Black wollte ich nicht. Delgado. Black. Das ist gut. Ja, ich bin's wieder. Da laufe ich nicht durch. Iiiiih, ich laufe ja schon durch. Die geht, die geht, die geht, die geht. Ist das eklig? Ich bin nicht durch die Kacke laufen hier. Geht's denn? Da, okay. Pui. Wer macht denn sowas? Was ist das denn da? Hat der denn Kaiserschnitt? Das ist doch ein Kerl, oder? Boah, ich platz da schon auf. Ekelhaft. Ekelhaft. Hä? Geht's da raus vielleicht? Ne. Hä? Delgado wird benötigt. Nein. Delgado. Du bist so dick, dich kann man doch gar nicht befehlen. Kann ich dir irgendwie helfen? Äh, äh, äh. Die hat vorher schon rumgestöhnt. So, wo haben wir sie, Black? Haltet euch bereit, Leute! Ja, das geht schon wieder. Ich hab's mir gedacht, sobald ich hier durchgehe. Oh, geht's das Licht aus. Oh, da sind sie ja schon. Da sind sie ja schon, die Säcke. Und warten auf Licht. Da ist noch einer! Was? Ich hab doch getroffen. Na gut, ich hab getroffen, aber... Schieß doch nicht gleich drauf. So hätte ich nach dem Überraschungstreffer landen können. Na, egal. Krass. Oh, oh. Hä? Äh, was ist das denn? Boah, der frisst halt noch weiter, obwohl er schon aufgelastet ist. Oh, sie. Ja, ekelhaft. Boah, das wollte ich eigentlich ans Visieren. Boah. Na, komm schon. Den hab ich. Komm, streck den Kopf raus. Mano. Was soll den Kopf raus strecken? Dass ich immer wieder in den Zoom gehen muss, bin ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Damn. Komm, den krieg ich auch noch. Nein, verdammt. Ne? Ich lass mich auf mich zielen. Ich tu doch gar nichts. Na, ich hab doch... Verdammt. Aha. So, wo war er? Hier. Seh ich. Yes. Soll ich dir mal den Arsch schließen? Ne, ich hab nur noch einen Schuss. Bevor ich nachladen muss, mein lieber das hier. Boah. Krass. Das war genau der Kopf, oder? Hey, mit Black ist das alles so einfach hier. Na, komm. Komm, komm, komm. Ich hab deinen Kopf gesehen. Ich steck dir mal dein Köpfchen raus. Köpfchen. Treffer. Du auch, komm. Köpfchen. Hahaha. Ist das lustig. Ist das lustig. Ah, da hab ich schon den Kopf rausgelenzen gesehen. Oh, verdammt. Shit getroffen. Bam. Ach, verdammt. Zu spät. Aber du. Du. Ah, ist das einfach, Leute. Da ist noch eine. Ach so. Wow. Und die noch. Und die auch noch. Aber dich zuerst. Und... Ach, verdammt. Ich seh das Schild immer so spät. Na, komm. Du willst doch deinen hässlichen Kopf zeigen, oder? Jawoll, das willst du. Oh. Okay. Ja, ist alles mir egal. Das machen die anderen schon. Oh. Ne, seid ihr nicht. Und, 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 und. Ne, tue ich nicht. Ach, die. Okay. Ja, ihr könnt bleiben, wo ihr wollt. Warum kann ich euch zuschlagen, wenn ich noch Telekinesen benutzen kann? Yeah. Dann kommt es doch mehr, oder was? Hä? Schmerz. Haha, wie er fremd. Also, ich kann die doch anstecken mit Black. Das ist ja cool. Und du willst deinen Kopf verlieren. Machen wir doch. Ey. Das macht richtig Spaß, wenn man es mal raus hat. Dann stören die ganzen Gegnerwellen auch nicht mehr, weil man dann variantenreicher töten kann. Opsala. Ja, ich habe immer die, den, 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 den Mittelfinger so recht auf der rechten Maustaste liegen. Ich weiß auch nicht. Und dann klicke ich halt ab und zu mal drauf, auszusehen. Naja. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Äh, immer noch alles ekelhaft hier. Und immer noch der fette Typ. Boah, guck mal, der hat einen offenen Bauch jetzt. Bäh. Ist das etwa dieser Vikus? Äh, Schlongos Longus? Ich weiß es nicht, wie der hieß. Na, okay. Tempel der Schmerzen. Das hört sich doch gut an. Der luxuriöse, äh, der luxuriöse Palast von Vikus liegt zwischen der Villa und einer. Ist mir egal. Entschuldigt. So. Wow, da ist gleich wieder einer von diesen Fuzzis. Jetzt habe ich ja wieder, äh, Jones. Warum haben wir Jones? Ich gebe jetzt erst mal eine Struppel ins Kreuz. Da ist noch einer. Aha. Ein Schuss auf den Kopf, also der zweite war jetzt nicht wirklich Kopf, aber. Ja, du kleinst. Komm, auch. Blutbahn, Blutbahn. Ich mach noch Blutbahn. Aua. Aua. Ja, das werden wir gleich ändern. Hol sie dir, Abi, Bey, Babi, Babi, Beil. So. Pats. Du auch noch, Pats. Okay, nee, wo muss denn nochmal? Ach, verdammt. Verdammt. Yeah. Hahaha. Oh, ich liebe die Explosivgeschosse, die sind voll lustig. So. Ne? Da kommt doch bestimmt noch jemand. Ja, ich seh dich schon. Lass sich gar nicht zu verstecken hinter dem hässlichen Schild. Ja, toll, ich treffe ihn und die Kugel ist weg. Ja. Bist du hässlich? Hässlicher Klopps, du. Klopsiger Mops. Oh, ich stecke den Kopf raus. Dankeschön. Einmal fürs Vögelchen. Und... Bams, verdammt. Hä? Was ist jetzt mit der Kugel? Na, warum treffe ich nicht? Nein, jetzt ist er... Ah, verdammt. Jetzt aber. Bams. Ach, ich wollte mal hochziehen. Schade. Schade, schade. Wo ist er denn? Ah, der kommt schon hoch. Wo sind denn die anderen? Komm mit. Jericho. Okay, ich hab die Faust zumindest schon mal getroffen. Mist. Komm. Aha. Was, der ist noch nicht tot? Von der Explosion stirbt er nicht mehr oder wie? Ist ja nett. Das ist ja nett. Ähm. Ah, wie sie aussieht. Was ist das denn? Hat der nur ein halbes Gesicht oder was? Ja. Oh, wie sie aussieht. Mann, alles voller Blut. Ich mag kein Blut. Da fühle ich mich immer so, bäh. Also, die Architektur ist ja wirklich beeindruckend. Aber so viel Blut hätte ich nicht erwartet. So viel Blut. Ja. Hast du recht. Ja, wo das alles herkommt, will ich gar nicht wissen. Okay, bevor jetzt meine Kollegen wieder draufballern und die Überraschung verderben. Mach ich das lieber selbst. Peng, peng. Okay. Ich muss ganz kurz mal Pause machen. Okay. Okay, weiter geht's. Ich glaub nicht, dass die überhaupt jemanden erfreut ist, wenn er uns sieht. Sorry, wenn ich den Text jetzt ein bisschen unterbrochen hab, aber ich irgendwie was über negative Energie gehört und auch gewohnt schön, dass Blut glänzt. Oh, ist das schön. Wow, da kommen schon wieder welche. Ja, ja. Ah, da haben wir doch noch den Kopf getroffen. Halt so, an die Seite. Ja, ich muss den Kopf treffen, sonst ist es vergebene Liebesmögliche. Oh, dann halt so, du Arsch. Nein, ich hab doch den Kopf getroffen. Ja. Nö, 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 nö. So. So geht's. Nein. Da kommt der Nächste schon, ja. Okay. Und Kopf rausgestreckt. Das war ein Fehler. Ha, ha, ha. Die auch noch. Okay. Ich bin entschuldigt, wenn ihr sie schlecht seht, aber ich seh sie auch noch ganz schämenhaft, die Gegner. Aber das reicht, um zwei Schüsse zu landen und sie damit zu töten. Fand ich gut. Wir kommen da einfach um die Ecke gewetzt und sind nicht schnell genug, um die Schüsse zu... Bedrohung ausgeschaltet. Um die Schüsse zu blockieren mit ihrem Schild. Sehr gut. Das war ja einfach. Okay, geht's hier was? Ich geh einfach mal hier durch die Tür. Da sieht's aus, als würde es da weitergehen. Ah! Hihihi. Etwas sehr Wettendes. Ja, ja, ja. Ich glaub schon, ja. Das sieht definitiv wütend aus. Was ist das denn? Boah! Der schießt! Ne, der hat so eine Kugel am Arm. Alter, Walter! Boah! Ach, du Scheiße! Kann ich denn irgendwie... Sprengen? Nö. Ja. Nicht nur einen. Boah, verdammt! Schluss verspendet. Ja. Auch immer, das hat mir da einen Schnitz im Rücken, das ihr ekelhaft. Boah! Jetzt kommt er auf mich. Hörge weg! Hihihi! Ich bin wieder am Ball. Als wär ich derjenige, der als Anweser auf sich schlägt. Kann ich da irgendwie was machen? Ich seh nicht aus, das wird ihm viel Schaden anrichten hier, wenn ich auf den schieße. Boah, jetzt gehen wir nicht auf den Sack hier. Boah! Boah! Zeitschleife aktiviert! So! Guck mal, mit Kreuztrucks im Leer. Ah, okay. In den Schlitz reinschießen, okay. Okay, klick, klick, klick. Nee. Ach man, das war's schon, oder wie? Oh, klick! Der Gardo, zieh mir! Oh, hau doch ab! Lass, lass Cole in Ruhe, du hässliches Ding! Volle Power ins Kreuz! Geh weg! Lalalala, kriegst du mich nicht, kriegst du mich nicht! Nein, geh weg! Nee, ich will Jones! Ah, dann nehm ich halt Church. Ah, der Rücken geht auf. Aua! Sieht schmerzhaft aus. Oh, so ist er ganz easy. Yes! Hässliches Ding, du! Okay. Ja, das ist ja echt ganz einfach. Man muss immer nur in den Rücken schießen. Verstehe, verstehe, verstehe. Oh! Kommt schon in den nächsten, ja? Okay. Und einmal Arbeit für dich. So, dann nehm ich dich wieder. Und einmal ins Gesicht schießen, bitte. Dankeschön. Das, was du gestorben bist, ja, da hast du recht. Ihr seid alle ein bisschen unfähig. Äh, nee, da geh ich nicht lang. Ich geh jetzt mal hier lang, da, wo das Vieh nicht herkam. Oh, oh. Bam! Ach, da lebst du ja noch. Ich hab dir doch genau einen Kopf geschossen. Biss Ding. Okay. Einer weniger. Zwei sogar. Na, komm, zeig dir hässliches Gesicht. Kriegst du den... Ah, verdammt. Autsch. Hörst du auf. Nein. Ach, gut. Warum geht's hier immer gleich wieder in den Sturm? Das ist ein bisschen blöd gemacht. Okay, äh, nix. Das war nichts. Ha! Ja, Kopfschüsse machen Spaß. Wenn sie treffen, dann sind sie sehr effektiv. Auf jeden Fall. Oh, das war's doch. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jesus. Jesus sei Dank. Äh, ne. Hier geht's nicht weiter. Alles voller Blut hier. Aber wie ich schon gesagt, mir gefällt das Setting auf jeden Fall. Diese ganzen Säulen und Marmor oder was das ist. Na, ich find das nett. Sehr nett gemacht. Äh. Was ist das? Ist das... Soll das Gemälde so... Ne, das sind alle Pflanzen. Okay. Da vorne ist einer. Wait. Ich seh's schon. Yeah. Und einmal rüber und... Ja, der hat gesessen. Aber... Warum kann ich nicht weiterfliegen lassen? Das ist voll doof. Warum kann ich da immer nur einen treffen? Jetzt, komm raus. Was? Okay, ich brauch wieder Jones. Immer wenn die nämlich den Namen erwähnen, glaube ich, dann muss ich da auch agieren. Moment. Jones, machen wir so. Dann muss ich nicht lang rumsuchen. Okay, wie mach ich das denn? Ich wähle einen aus. Da. Ja. Nehme den. Oh, oh. Hätte gleich getroffen. Ah, guck mal hier. Schalter. Yes. So geht's doch. Äh, wo ist der Black? Ich stehe genau neben mir. Uh. Ich hab keine Muni mehr. Toll. Okay, okay, okay. Wer ist grad draußen? Du. Du. Und du. Bam. Haha. Ha. Hihihi. Ihr Dreckdecke. So, du noch? Was ist das? Ne, da muss noch irgendwo einer. Da. So, so ist es schön. Ha. Das war ja easy. Okay, was ist hier? Schalter. Das waren alle. Okay, ich stelle mich mal drauf. Und jetzt? Wartet hier. Moment, ich nehme jetzt mal hier den. Ja, Sir. Kann ich dir irgendwie helfen? Wie ging das nochmal? Gott ist allmächtig und schlägt die, die ihn hassen, in die Flucht. Schick den mal dahin jetzt, vielleicht. Ah, okay. Und jetzt? Was hab ich gemacht? Nix. Oh, nix. Ja, hallo. Was passiert denn jetzt? Ja. Los geht's! Äh. Und jetzt? Omega Team, vorrücken! Ja, was ist denn hier los? Ach, Church. Okay, Moment. Machen wir doch. Jetzt? Ah, leer drücken. Oh Gott. Quicktime. Ja, Quicktime. Ich hab's bewusst. Immer wenn ich die hab, hab ich Quicktime-Event. Okay, komm schon, das schaffst du. Oh. Nein. Nein! Autschen. Ja, das tut bestimmt weh. Hoch. 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 Runter. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Hoch. Und rechts, links. Oh. Hoch, hoch. Oh, ganz schön knapp, aber. Ei, ei, ei. Also Ninja wollte ich nicht unbedingt sein, wenn das so gefährlich ist. Ja, okay. Und jetzt? Ich kann keinerlei Flüche oder Fallen erkennen, Sir. Der Bodenmechanismus scheint sicher zu sein. Die Markierungen am Boden besagen, dass wir uns auf sie draufstellen sollen. Das wollte ich nicht. Es bleibt nur die Frage, ob wir ihnen auch wirklich vertrauen können. Ja, genau, so wie ich's eben schon gemacht hab. Alpha Omega. Los, Alpha, los! Ah, okay. Geht klasse. Und sammeln. Yeah. Coole Sache. Cooles Rätsel. Und cooler Part. Bis zum nächsten Mal. you need to be together. See you.